Servus Freunde und Herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen erstmal Video von mir. Heute habe ich ein ultimatives Tapping Video für euch mit ganz ganz nicen Tapping Triggern. Viel Spaß damit. Ich würde sagen wir reden nicht viel herum. Abonniert den Kanal für mehr. Würde mich mega freuen und like das Video für den Support. Jetzt viel Spaß mit diesem Video. Let's do this. Als erstes haben wir hier etwas Spook Tapping. Ich finde Book Tapping ganz nice. Das klingt mega nice. Und Leute ich danke euch mega für den krassen Support. Gerade ist es so krass wir haben 15k erreicht. Große Danke dafür. Kuss geht raus. Allgemein der Support ist so krass. Vor allem Leute die meinen Kanal abonnieren, die Videos liken, Kommentare schreiben, spenden. Es ist wirklich großer großer Support. Großes Dankeschön an jeden einzelnen von euch da draußen. So krass, dass ich jemals sowas erreicht hätte. Also hätte ich niemals gedacht. Ich war immer so einer, der gerne YouTube machen wollte. Aber dass ich so weit komme, hätte ich niemals gedacht. Mit eurem Support. Heftig. Okay Leute ich würde sagen wir nehmen jetzt hier einmal diesen Ball hier. Wünschen sich immer ganz viele. Freunde nicht wundern, wenn ich in nächster Zeit erstmal das Blue Yeti benutze und nicht die anderen Mikros. Das liegt daran, weil ich mit den anderen Mikros was vorhabe und die einfach besser für Role Plays geeignet sind. Und wenn ich finde, die sind mehr zum Einschlafen gedacht, finde ich jetzt. Bitte nicht! Nein, ich werde jetzt direkt schauen. So again, ich würde sagen, wenn das Using dir werden würde... L Ich könnte, oder? Tick, 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 tick. Beim letzten Video oder vorletzten haben sehr viele gefragt, ob ich krank bin. Nein, Leute, mir geht's sehr, sehr gut. Ähm, nur irgendwie hört sich meine Stimme gefühlt immer krank an. Ich weiß nicht, warum. Meine Nase ist, denke ich, immer einfach nur zu. Deswegen ist meine Stimme so nur zur Info. Mir geht's mega, mega gut. Mir geht's immer gut, Leute. Müsst ihr euch merken, mir geht's immer gut. Tuck, 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 t Okay, da kommen wir als nächstes, wenn wir direkt zum Ball genommen haben, nehmen ihn wir als nächstes direkt. Ihr kennt ihn, Leute. Meine Lieblings-Trigger zur Zeit. Damit kann man sehr, sehr gutes Tapping machen, finde ich. Das Gute ist bei Tapping, dass man auf jeder Sache eigentlich Tapping machen kann. Das ist halt einfach das Gute. Das ist halt einfach das Gute. Das ist auch mega nice, wenn man das so rausdrückt und dann Tapping auf macht. Einfach mal vorstellen, das würde jetzt platzen. Das ist halt einfach das Gute. Das ist halt einfach das Gute. Das ist halt einfach das Gute. Es geht rein! tippt, 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 tippt Blah 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 Okay, dann kommen wir als nächstes zu dieser Verpackung von meiner Maus derzeit. Boogstabbing finde ich auch immer ganz nice. Und ist natürlich keine Werbung Leute, keine Werbung. Boogstabbing, boogstabbing, boogstabbing. Boogstabbing, boogstabbing. tanka, 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 tanka tanka, tanka, tanka st⋅ bluntбо blunt skk 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 Breat니다 Perfekt, dann machen wir jetzt weiter mit ein bisschen Cup-Tapping. Ich habe einen Schrauben, einen Schrauben, einen Schrauben, einen Schrauben. ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt Es liegt mit einer Strecke. Los geht's mit dem Strecke. Die Faust-Strecke und so macht es nicht so oft. Sie sehen uns hier auch nie viel, was du hast. die, die, die Presse die, 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 die Das Coole ist, dass man mit dem Trigger so viel machen kann, das ist echt nice. Okay, jetzt kommen wir zu etwas, also Phone-Box-Tapping kann man sagen, an der Seite ist am besten, bisschen dreckig, gar nicht gut, egal, so ist am besten, so ist gut, 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 so ist gut. Sleep, 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 sleep. Das sagen die Fingernägel, nein. Ich glaube, ich lasse mir jetzt Fingernägel wachsen. Dann kann ich auch besseres Tapping machen. Aber gut. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt natürlich. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Fingertapping mit Fingernägel oder ohne besser findet. Ich finde ohne auch ganz nice, aber mit ist immer ein bisschen besser. Glaube ich. Also. Wenn es euch gut geht, Okay, da kommen wir jetzt zur letzten Box. Das wäre die große hier. Die ist etwas größer jetzt. Ich muss immer schauen, nicht dass ich das gegen das Mikro stoße. Das war's. Das war's. gut, 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 gut perfekt Ok Freunde ich würde sagen das war es von diesem Video Ich hoffe euch hat die ganze gefallen Schreibt einen Kommentar Unut, wir sehen uns dann beim nächsten Video Haut rein und ciao, ciao Danke fürs Zusehen